So, weil ich's kann, packe ich hier jetzt überall einen drauf, ich weiß, das ist richtig, richtig sinnlos, aber weil ich's kann. So, Elemental Piercing My Own. Einfach total sinnlos. So, hier wollte ich weiter gucken. Zack, Thema gegessen. Was haben wir hier noch? Offensive, nee, Utility Chance, Interest, geht noch was rein. Gut, das eiert alles fröhlich vor sich hin. Okay, dann, ja, machen wir das, was wir immer tun. Wir machen mal noch eine Runde. Also, normal oder hart, ich muss mal, eigentlich müsste ich bei hart auch mal locker über 59 kommen können. Ich muss das nur mal hier vernünftig, nur mal vernünftig angehen. Das ist es. Dann klappt das auch. Direkt am Anfang was in Ressourcenbonus investieren. Special Resource ist gar nicht so wichtig. Also, natürlich ist Special Resource total wichtig, aber ich erlaube mir das gerade mal für einen Run zu vernachlässigen. So, zack und zack. Hatte ich die Rapid Fire Chance nicht schon höher? Ich bin mir echt unsicher. Dachte, die hätte ich am Anfang schon höher gezogen, aber nun ja. Steckt man nicht drin. Ach, ich mag diese chillige Musik dazu gerade. Finde ich sehr schön. Ich glaube, es wird im Stream gleich echt ein bisschen Zeit für ein Päuschen. Ja, 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 Special, ich weiß. Und ja, 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 Forschung ist auch fertig, ich weiß. Noch nicht ganz, aber jetzt. So, und in Special investieren, ja, mach vorbei. Ich will eigentlich eher gucken, wie weit ich hier komme, aber ja, meinetwegen. Special ist hier gerade nicht mehr so teuer. Das läuft ganz gut. So, reicht erst mal. Und, äh, ach komm, die Bounce Chance kostet ja nicht so viel. Wow, Alter. Hilfe. Kann ich hier noch was? Ja, auf jeden Fall kann ich hier noch. Ach, Quatsch. Es gibt einfach zu viele Schaltflächen hier. Ich drücke immer noch auf die falschen. Ich bin da noch nicht so richtig drin. Aber es ist eigentlich ganz cool. Also, was ich bislang eigentlich echt ganz angenehm finde, ist, dass die Runs eben sehr, sehr kurz sind. Also, beziehungsweise verhältnismäßig kurz. Und man eben relativ schnell upgraden kann. Also, jetzt auch im Workshop. Nicht während des Spiels tatsächlich. Also, während der Waves kann man natürlich auch super schnell upgraden. Aber, ähm, ihr wisst, was ich meine. Oh, fuck. Na, immerhin eine Wave weiter. Also, ähm, 11.000. Tja, er ist blau, er ist rot. Eigentlich würde es total Sinn machen, in der Tat erstmal das Ding hier wirklich zu maxen. Also, das auf jeden Fall auf 100 zu ziehen. Das auf 100 zu ziehen. Dann kriegen wir nämlich schon maximale Ressourcen pro Run. Noch sind die Runs kürzer. Ja, die Runs werden mit Sicherheit auch länger. Aber wenn du das mal mit anderen Idle Games vergleichst, also, da ist der Start eben sehr schnell und es wird später hinten langsam. Und wenn ich so überlege, wie lange halt so die erste Runde Clicker Heroes dauert, das habe ich ja schon mal erwähnt. Das dauert halt einfach ewig. Das dauert Tage. So, warum gucke ich da überhaupt rein? Wir machen nochmal Hard. Weil wir es können. So. So, ein bisschen den Ressourcenbonus ankurbeln und dann machen wir hier weiter. Es ist total verwirrend. Irgendwie links der Chat vom Stream, rechts der Chat auf Englisch von Congregate. Äh, auf Englisch von Congregate. Ja doch, genau so. In der Mitte das Spiel. Und eigentlich kann mir zumindest der Congregate-Chat total egal sein. Aber irgendwie, sobald sich was bewegt, guckt man dann doch hin. Ich glaube, ich gehe bei Congregate einfach mal aus dem Chat raus. Das macht irgendwie vieles angenehmer. Gott, ich brauche mehr Damage dringendst. So, das ist alles noch soweit. Schön, den Bounce Radius. Kann ich auch nochmal. Ah, okay. Der ging relativ easy auf Maximum. Dann war das das. Jawohl. Ah, das ist schon wieder so der Punkt. So, man möchte alles gleichzeitig machen. Hat nie genug Ressourcen dafür. Apropos Ressourcen. Da, 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 da. So. Irgendwie habe ich noch nicht das Gefühl, dass das hier gut ausreicht, was ich hier mache. Aber gucken wir mal. Target und Bounce kann ich mit dem blauen sehr billig maxen. Ja, ich glaube, das mache ich auch als nächstes Mal. Also, das ist halt so. Ja, mache ich jetzt zuerst Rapid Fire. Also, mache ich zuerst irgendwie Bounce? Oder mache ich dann doch erst Special Income? Oder so viele Möglichkeiten? So viele Möglichkeiten. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ich glaube, ich mache hier so ein bisschen davon ein bisschen. Und solange ich das nicht alles zu weit durcheinander verteile, fahre ich damit, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dafür, dass Rapid Feiern oder Chance von 35% hat, löst das irgendwie ganz schön permanent aus. Möchte ich sagen. Ach, fuck. Ja, gut. Ab in die Stadt. Workshop. Ditte. So. Machen wir erstmal den Bounce Rate auf Max und Bounce Chance auf, was ist die? 50%. Okay. Das können wir dann beim nächsten Mal auf jeden Fall machen. Forschen kann ich bestimmt, oder? Kann er bestimmt forschen. So. Feuer 1, 2 Hitpoints. Nee, ich... Ich würde jetzt hier erstmal fröhlich weiter auf Damage gehen. Das kostet nämlich relativ wenig. Von daher fröhlich weiter Damage. Schaden ist immer gut. Schaden geht. Von daher machen wir das zu. Und... Machen wir noch einen Run. Und gucken, wie weit wir kommen. Der Anfang ist echt ein bisschen slow, ne? Also so im Vergleich braucht es halt einfach mal ein bisschen. Ist das gerade günstiger geworden? Ach ja, klar, weil es der letzte Schritt war. Okay. Macht total Sinn. Ich brauche mehr Ressourcen. Und jetzt brauche ich mehr Schaden. Und zwar dringend. Und mehr Attack Speed. Und mehr alles. Gott, diese Fahrstuhlmusik im Hintergrund. Wo kommt die eigentlich her? Habe ich die rausgesucht? Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Das ist echt total. Die Fahrstuhlmusik ist schon ein bisschen schlimm gerade. Aber okay. Passiert. Wie gesagt, ich war mit der Musik ja noch nicht so 100%ig glücklich. Kann mir jemand Tipps geben? Ich sterbe alle 4 Minuten. Ich glaube, das gehört bei diesem Spiel dazu. Ich sterbe auch alle 4 Minuten. Vielleicht alle 5. Ich glaube, das Spiel lebt einfach davon, dass man diese Runs sehr, sehr oft macht. Das ist so der Gedanke dahinter. Wird später vielleicht besser. Irgendwann. Maybe, possibly, perhaps. Also wahrscheinlich. Aber mal gucken. Aber es ist echt krass. Also wenn ich jetzt gerade auch noch mal überlege, wie ich an das Spiel reingegangen bin, als ich es das erste Mal gespielt habe und dem Video vorgestellt habe. Und jetzt ist es schon komplett anders. Schon richtig komplett anders. Also da hat sich super viel getan. Und da liegen halt gerade mal, keine Ahnung, 3-4 Wochen dazwischen oder so. Gott, ich muss den Crit-Faktor mal ganz dringend hochziehen. Warum sagt mir das denn keiner? Und ich muss forschen. Ich habe es selber gesehen. So, wo war doch gleich Damage? Hier. Krass, wie weit kann ich denn das bitte hochziehen? Und das kostet immer nur einen? Das ist voll super. Das ist richtig gut. I like that. So, wenn ich mich jetzt noch mal massiv auf Schaden und Crit-Multiplier, ein bisschen Glück und Range muss auf jeden Fall noch. Ha! Wave 60 geschafft, Bitches. Es geht doch. Es geht doch. Mag auch an dem Schadens-Upgrade, also an der Schadensforschung gelegen haben. Ich bin mir nicht sicher. Aber immerhin Wave 60 geschafft. Ist doch auch schon mal eine Sache. Das ist so hart unübersichtlich. Also es geht eigentlich. Es blubbert halt nur... Nein, verdammt, da wollte ich gerade noch was in Schaden stecken, aber da war es zu spät. Na gut, immerhin 14.000 Ressourcen, das ist ganz okay. Top-Bild des Abends. Achso, Bild, ja. Ich schaue gleich rein. Moment. Ich habe gerade erst Bild, also mit UI gelesen und dachte dann quasi, es wäre irgendwie ein Bild für das Spiel hier, aber nein. Ich schaue mir das Bild gleich an. Aber erstmal gehe ich in den Workshop. Ich mache hier erstmal Max. Dann haben wir das auf Maximum. Dann muss ich mich da nicht mehr so um kümmern. Und dann wollte ich eigentlich hier hinten weitermachen, ne. Da kann ich mir aber... Ja, wobei... Oh Gott, das dauert alles noch so ein paar Runs. Ja, doch, dauert alles noch so ein paar Runs. Linker Bildschirm, alles rot. Zwei Sekunden Stream schauen und dann wieder alles grün. Was? Achso. Nudelwasser Spritzschutz? Was? Ich sollte den Chat einfach nicht lesen. Ganz ehrlich. Ich sollte diesen Chat nicht lesen. Ähm... Ah, das verwirrt mich gerade einfach so sehr. So, nochmal. Und von vorn, weil es so schön geht. Das ist hier Max. Das maxen wir später. Wir müssen erstmal unser Income erhöhen. Der Chat ist das beste Jahr. Auf jeden Fall. Also ich finde es auch gerade ganz gut, weil ich halt selber nicht wahnsinnig viel zum Spiel erzählen kann. Weil ich halt selber erstmal gucken muss. Es ist einfach nur... Mach das Gleiche, mach das Gleiche, mach das Gleiche. Halt alle vier Minuten. Und... Dann kauf Upgrades. Kann man... Das ist so der Nachteil zu anderen Idol Games. Man kann halt anfangs nicht so wahnsinnig viel dazu erzählen. Das wird halt wahrscheinlich erst... Oh, ich kann forschen übrigens. Wird das eigentlich irgendwann teurer oder kostet das immer einen grünen Block? Also es wird wahrscheinlich irgendwann teurer, aber das wird wahrscheinlich kosten. Äh, das wird wahrscheinlich dauern, wollte ich sagen. Wenn es teurer wird, wird es wahrscheinlich auch mehr kosten. Das klingt total logisch. Ah, ja. So. Wir pushen mal ganz kurz ein bisschen den Schaden. Kann ja so nicht angehen hier. So. Wie sieht es da aus? Da ist alles hübsch. Da können wir hier nochmal was reinpacken. Ist immer noch nicht Maximum. Na, ist doch nicht wahr. Dann geht es erstmal hier weiter. Also ich glaube, das ist wirklich was, wo ich dann zwischendurch auf jeden Fall jetzt schon ein ganz gut ein paar Runs irgendwie so machen kann, ohne dass man, also auch zwischen den Folgen irgendwie, ohne dass man da viel verpassen würde. Da kann ich ja Ressourcen dann sammeln und dann einfach... Oh, war das was? Ja, okay. Dann einfach in der nächsten Folge dann irgendwie die Ressourcen einmal gebündelt ausgeben. Alles so teuer, alles so teuer. Ich bin nicht so richtig glücklich damit. Wenn ich das pausiert habe, läuft eigentlich die Forschung weiter? Ja, geil. Das heißt, ich könnte einfach, keine Ahnung, Damage 18 kaufen irgendwann und dann die Wave weitermachen? Ist schon ein bisschen ungeil, oder? Ne, Special Pushen ist doch schon fast komplett. Also da fehlen noch 10%, aber da will ich die Ressourcen jetzt gerade lieber irgendwie in Schaden aufpacken, weil sonst bin ich jetzt nämlich eh gleich weg. Und Gravity... Gravity, wo habe ich denn Gravity überhaupt? Ach, da hinten. Stimmt, Gravity ist noch relativ günstig. So. Ja, pff. Hat sich super gelohnt. War wohl nicht so der Perfect Tower. Visit Town, jawohl. Le Workshop, Le Max. Und dann... Was machen wir mit 122? Hier hinten gucken. Ja, dann sind wir auch da schon wieder fertig. Fantastisch. So, eine Hartrunde mache ich noch und dann ist, glaube ich, erst mal gut. Äh, Forschung ist gleich fertig. Sehr schön. Sehr schön. Das heißt, es ist echt am Anfang erst mal ganz viel den Ressourcenquatsch hochziehen. Also was heißt Quatsch? Ist ja schon sinnvoll. Während man noch genug Schaden macht, um hier alles so wegzurauchen. Und dann kann man sich mal überlegen, hier den Rest zu machen. Das Lied im Hintergrund erinnert mich in Teilen total an irgendeinen Incubus-Song. An ein Intro von irgendeinem Incubus-Song. Ich weiß nur gerade nicht von welchem. Ich glaube, are you in? Das könnte durchaus sein. Kriege ich wahrscheinlich, sobald ich die Folge auf YouTube hochlade, sofort irgendwie Copyright Notice. Äh, die drei Sekunden klingen genau wie are you in von Incubus. Video ist in Deutschland nicht verfügbar. Ich sehe es kommen. So wird es doch laufen. So wird es doch laufen. So kann ich hier noch... Ah, hier geht auf jeden Fall noch was. Na komm schon. Hopp, hopp, hopp. Es gibt echt halt nach so Bossgegnern echt immer so Phasen, wo es kurz entspannt ist und dann geht es wieder total ab. Aber klar, bei den Bossgegnern ist ja auch das Skipping aus. Klar, dass es danach dann erstmal ein bisschen ruhiger ist. Alter. So... Wie weit kommen wir noch? Kommen wir? W-W-W-W-60. So, ob wir die W-W-60 dann schaffen, ist eine andere Frage. Aber bis dahin kommen wir auf jeden Fall noch. Erstmal forschen wir auf jeden Fall. Ah, jetzt kostet es zwei. Okay. Machen wir mal. Finde ich gut. So, das können wir uns gerade nicht leisten, aber gleich. So, dann haben wir das auch auf dem Max. Und dann können wir uns jetzt weiter hier drauf beschränken. Oh, W-W-W-60. Ich habe eine böse Vorahnung. Das wird auch nichts. Ach doch, haben wir schon geschafft. Ah, okay. Okay. Nice. Wave-70. Wave-70 ist das Ende? Wave-70 ist das Ende. Aber immerhin bist du Wave-70 gekommen. Nice. Spiel auch auf Easy, dann hast du mehr Startgeld und stell es so ein, dass bei 10 Cubes Auto gescriptet wird. Warum bei 10? Ich sollte es vorhin extra von 10 hochstellen, weil 10 zu wenig war. So, egal. Wir machen jetzt erstmal Workshop, konvertieren nochmal den ganzen Shit. Das tut mir ja auch ein bisschen, aber... So, dann, ja, in der nächsten Folge ziehen wir die beiden auf jeden Fall mal auf Maximum hoch und dann sehen wir auf jeden Fall mal zu, dass wir hier im Angriff ein bisschen weiter kommen, wobei hier kann ich im Moment, kann ich bestimmt noch was machen, oder? Wo ist denn hier... wo ist denn... ich stelle mal kurz auf 1 runter... äh... wo ist denn... Wo ist denn hier Gravity? Bin ich gerade total blind? Rapid Fire, Multishot, Crit Chance, Bounce... dann kommen die... ach, hier ist Gravity. Das kostet 5 davon, da kann ich mir nicht leisten. Schade. Ja gut, für einen Gravity... ja, einer ist immer so lasch. Und... ah, wenn, dann ziehen wir jetzt für die 10 noch die Attack Range mit hoch und dann ist doch auch schön. So. Eigentlich eine ganz gute Sache. Ist jetzt Punkt 23 Uhr, das heißt, das ist perfekt, um jetzt einfach eine Pause im Stream zu machen. Die steht mir jetzt nämlich zu, habe ich selber so beschlossen. Wir spielen später im Stream auf jeden Fall noch Perfect Tower weiter. Auf YouTube kommt die nächste Folge dann, ja, vermutlich morgen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich... ich werde es am Anfang wahrscheinlich wieder täglich machen und dann relativ zügig, wahrscheinlich wieder so dreimal die Woche. Je nachdem, wie viel dann so passiert. Müssen wir mal gucken. Ja. In dem Sinne, erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag wünsche ich noch und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, beziehungsweise gleich weiter im Stream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.